Schönen guten Abend, hier ist Genial daneben und ich freue mich, dass Sie uns zuschauen und ich glaube, wir werden viel Spaß heute Abend haben. Wir haben die optimale Besetzung heute. Wir haben zum Beispiel heute Menschen, die ganz intensiv sich auf diese Sendung vorbereitet haben, auch innerlich jetzt, außer Berner Toeke natürlich, der sich immer vorbereitet. Heute auch Wirbelwind Martin zu Gast und Intelligenzbolzen Wiegert und von Bastian will ich gar nicht reden. Fangen Sie mal an, Herr Balder, Sie reden sich ja hier wieder um den Kopf und Kragen. Wenn Sie das sagen, mache ich das jetzt. Oh, guck mal, könnte aber eine schöne Sendung werden, das ist ja ganz lieb. Ganz was Liebes. Ja, ich habe mir heute vorgenommen, recht nett zu Ihnen zu sein. Ach, ist das so nett. Deswegen möchte ich auch vorwärts sehen, dass Sie die erste Frage gleich beantworten. Ja, bitte, gerne. Gut, Lars Christian Mahler aus Mannheim möchte wissen, was versteht man unter einer Blasprobe? Und ich weiß, warum es diese Frage in die Sendung geschafft hat. Eine Blasprobe. Ja. Ja, Herr Balder, ich weiß es nicht. Es hat natürlich nichts mit Blasen zu tun, vielleicht mit der Glasbläserei. Es muss einmal ausgetestet werden, wie so ein Glas mal später aussieht. Dann kommt dann einer und macht... Und dann ist dann so ein... Wenn er Husten hat, und dann kommt so ein Glas dabei raus. Und das sagt er, das ist gut, das nehme ich mal als Blasprobe. Macht daraus eine Art Schablone. Bläst nochmal und es kommt nochmal ein weiteres Glas raus. Zum Beispiel diese fünf Gläser sind ja alle identisch. Die sind alle gebrucht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es vom Schützenfest in Gummersbach ist, dass die Jungs vorher mal so das Blasen probieren, bevor sie da... Pstapp, tadaa... Nein, natürlich. Ich gehe auch davon aus, dass es das nicht ist. Warum geht Sie denn davon aus? Ja, wieso? Weil es eigentlich nie das ist, was ich sage. Da haben Sie recht. Aber Tuba-Test wäre an sich durchaus denkbar. Tuba-Test! Tuba-Test! Ich hätte jetzt auch an Posaune-Core gedacht. Wie wäre es denn mit Segelschiffen, mit einer Blasprobe, dass man in einem Windkanal Segel testet mit einem fiktiven Wind, um zu sehen, wie es sich ausbeult, das Segel? Sehr gut. Ob das Segel hält, beim Surfbrett zum Beispiel, da bläst der Wind ja richtig mit Schmackes rein, weil es ja kleinere Segel zum Beispiel sind, dann ist es natürlich auch nicht. Sie sehen das Gesicht, Herr Paslein. Mit einem fiktiven Wind. Mit einem fiktiven Wind wird geblasen. Aber da versuchen Sie uns nicht auf eine Linie mit der Blasprobe zu bringen. Nein, ich warte auf die richtige Ankunft. Polypen, die in der Nase wachsen und den Naseneingang vollständig verstopfen können. Einfache Methode, das festzustellen beim HNO, beim Facharzt, ist die Blasprobe. Man versucht jetzt also durch die Nase auszuschnauben und wenn das nicht funktioniert, dann gilt die Probe als nicht bestanden. Kann das mal jemand vormachen? Unterwasser. Das ist schmutzig. Sehr schön, aber hat damit leider nichts zu tun. Martin? Oh. Naja, ich meine jetzt, es kann ja durchaus vielleicht sein, es hat was mit heißem Essen zu tun. Mit was? Mit heißem Essen. Achso. Wenn es warm ist, ist man pustet. Wenn es zu heiß ist und man muss blasen und man probiert das erstmal aus. So, den Löffel, Suppe. Nee, also die Intensität von den Blasen probiert man erstmal aus. Bevor man die Suppe kühlt, indem man da reinbläst. Das muss ja nicht Suppe sein, das kann ja auch was anderes sein. Zum Beispiel? Baby. Zum Beispiel Reis oder irgendwas, was Flockisches und man kann nicht so festblasen, sonst fliegt der Reis von der Gabel weg. Das Thema ist zwar falsch, interessiert mich aber ungemein. Ich gehe vielleicht doch in die verkehrte Richtung. Bisschen. Ich hätte zwei Vorschläge, also es hat wahrscheinlich nichts mit Alkoholtests zu tun, um das mal kurz auszuschließen. Wer sagt das? Ich sage das. Da haben Sie recht. Das ist gut, danke Herr Waller, das hätte ich nicht von Ihnen erwartet, dass Sie so nett sein können. Und ich glaube, es kommt aus der Submarinen Seefahrt. Aus der wem? Aus der Submarinen Seefahrt. Es gibt ja U-Boote, da wird ja angeblasen oder geblasen, damit die auf und ab tauchen. Und ich glaube, da wird das einfach mal so getestet, wie sich das so anfühlt, ob es Spaß macht und so Sachen. Tja, Herr Waller. Im U-Boot? Im U-Boot. Wo blasen die denn da an? Ja, da stimmt schon, Pressluft. Die haben so Presslufttanz und wenn man auftaucht, dann... Die Tanz blasen die an. Die blasen... Kennen Sie doch das Boot? Im Film hat das immer Martin Semmelrogg gemacht. Der hat aber immer alle Nase? Martin Semmelrogg hat das, glaube ich, immer gemacht. Martin Semmelrogg. Und dann geht das Boot so wie eine Nussschal. Und das komische ist, sein Sohn spricht genauso. Absolut. Es sind alle geklont. Vielleicht gibt es ja inzwischen so eine lustige Sportart mit Blasrohren. Achso. Die Blasrohre ist bei Indios eigentlich, aber vielleicht haben sich da schon irgendwelche durchgeknallten Vereine zu eigen gemacht. Auch in deutschen Landen. Und die machen dann so Blasproben. Und da ist dann vorne Kurare drin. Nicht wirklich. Ich dachte jetzt eher an Zielschalen. Und wer getroffen wird, hat verloren. Ja. Ja. Ja, nee, ihr seid ganz weit weg. Gut. Tauchsport, um nochmal beim Boot zu bleiben. Ich muss ja einen Tauchanzug anlesen, muss dann einmal durch die Brille durchblasen, muss die Nase einmal raus, einmal hier gegenhalten, damit das alles rauskommt. Ist das die Blasprobe? Nein, danke schön. Ich muss zahlen. Danke, auf Wiedersehen. Kommt das vielleicht... Ich glaube, es kommt aus der Mechanik, also wo man so... ... und so Motoren, die mal so durchgepustet werden müssen, um zu gucken, was da noch für Rohstoffe drin sind. Zum Beispiel? Kohle, Erdöl, Kohlenstoff. Holz, Holz. Wie wäre es mit einem Föhn? Ganz schlecht, ganz schlecht. Blase ist ja auch ein anderes Wort für Familie. Ist das vielleicht eine Methode um die... Ah, Alter, du hast ja recht. Du hast ja recht, du hast ja fertig. Dass man die Familie erstmal testet, ehe man sich hier anschließt, zum Beispiel, indem man Schwiegersohn wird. Ja. Da macht man erstmal die Blasprobe bei der Schwiegermunterheit. Ist klar, ist klar. Genau, da wäre also ein Mann an der E-U-M-L-E verschluckt und es ist eine Blasenprobe. Es ist eine Blasprobe und ich sage euch, was ist das? Ja, bitte. Also Blasprobe ist eine offizielle Bezeichnung aus dem Leitfaden für die Vollausbildung der Helfer des Fernmeldedienstes am Standort. Eine Art Telefontechniker beim Bundesamt für Zivilschutz. Mit der Blasprobe wird die Funktionstüchtigkeit von Feldtelefonen überprüft. Zwei Mal rein, Test, Test 1, 1. In die Sprechkapsel des Hörers wird hineingeblasen, ist in der Hörkapsel deutlich ein Blasgeräusch zu hören, steht ausreichend Strom zur Verfügung und das Feldtelefon ist einsatzbereit. Die Blasprobe ist bestanden. Gibt es das überhaupt noch? Das gibt es noch, das gibt es noch. Natürlich. Das ist alles jetzt so. Lars Christian Mahler, 500 Euro für Sie. Wir waren alle nicht bei der Bundeswehr, ne? Nicht wirklich, Arnwalder. Stimmt. Obwohl, bei Ihnen könnte ich mir das... Ich bin eben bei mir nicht, ich bin hier die Älteste am Start und da waren Frauen in der Bundeswehr noch nicht en vogue. Könnten wir das bei Ihnen aber sehr schön vorstellen. Ja. In gehobenen Positionen, oder was? Was wollen wir machen? Das ist jetzt auch gemein. Wir kommen zu Danny Morgenstern oder Danni Morgenstern, auch egal, aus Braunschweig. Und Danni Morgenstern möchte wissen, was ist das türkische Handtuch? Das türkische Handtuch? Ja. Das wird ein Handtuch sein in einem türkischen Bad. Ein spezielles Handtuch, wo die vielleicht ganz lustige Dinge mit den Probanden machen. Der Türke an sich. Der Türke an sich und das Bad, Herr Balder. Das ist ja ganz lange Freundschaft. Gute Freundschaft übrigens. Natürlich. Nein, und das ist auch eine Technik der türkischen Masseure in einem türkischen Bad. Halt die eine Technik, wo Sie einem das Handtuch so zusammenknoten und rums immer auf den Rücken hauen. Ihr kennt euch aus, ich merke es. Ja, ich bin in der... Sehr gut, sehr gut. Seife fällt mir ein, man wird ja eingeseift im türkischen Bad. Um diesen Beseifungsvorgang vollständig werden zu lassen, muss man ja als Gast dort das Handtuch ablegen. Damit man dann aber kein öffentliches Ärgernis erregt, wird das auch ganz schnell stark eingeseift, damit man nichts mehr sehen kann. Wie man seift das Handtuch? Nennen die vielleicht flapsig ihre Nationalfahne so. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube es eigentlich auch. Nein, das kann nicht sein. Können Sie nochmal sagen, was... Was ist das türkische Handtuch? Ja, ich meine, also es gibt, man sagt ja etwas Türken, dass das dann etwas Falsches, also nicht das ist, was es eigentlich ist. Vielleicht sollten wir uns lösen von dem Handtuch. Vielleicht ist es etwas, was man als Handtuch bezeichnet, weil man es als Handtuch benutzt, aber es eigentlich keins ist. Zum Beispiel... Jetzt ist es einfach. Ein Weichelab. Ja, jetzt ist es einfach, Häufchen, jetzt sag mal. Eine Zeitung. Eine Zeitung oder ein Blatt oder ein europäisches Handtuch oder... Wobei... Oder ein Waschlappen. Wobei es den Begriff Handtuch ja noch in anderen Zusammenhängen gibt. Zum Beispiel Handtuchfelder, Handtuchfluren. Also sehr schmale, kleine Felder, die vielleicht in der Türkei im Osmanischen Reich einmal... Und das sind dann praktisch Felder, die mit Halbmond und... So wie Rockreise, also nee. Eigentlich nur sehr schmal, die nennt man Handtuch. Ich wäre ja durchaus in der Textilindustrie in der Art, wie ein Rock gebunden ist oder irgendetwas, was auf alte türkische Lappen zurückgeht. Die sind in Finnland, Frau Wunze, die sind nicht in der Türkei. Ja, ja, ja. Und jetzt sagen Sie nochmal Ihren Spruch, dass die finnische Regierung darauf hinweist, alte Lappen nicht zurück... Ja. Alles falsch, Martin. Immer wenn nicht dabei sind, so schwierige Fragen. Warst du schon mal in einem türkischen Bad, Martin? Nee, ehrlich, ich gebe es zu. Aber ich war mal in einer Sauna und da kam auch jemand rein. Also, mir ist ganz anders da geworden. Und man hat wirklich gemerkt, der hat was Böses vor, was Schlimmes. Und dann hat er wirklich auch so Handtuch genommen. Ich weiß aber nicht, ob es ein Türkei war. Und jedenfalls hat er mit dem Handtuch, da war so ein Ofen, dann hat er den heißen Wasserdampf mit dem Handtuch verhauen. Hoch gewedelt. Und ich habe den ganzen Ruppe abgekriegt. Das ist die Lösung. Aber ich weiß es jetzt nicht ab. Nächste Frage war richtig, ne? Ich wollte doch nur was sagen. So, die türkische Nationalflagge hat ja bekanntlich die Farbe. Rot. Richtig, wusste ich. Und da ist ein lustiger Halbmond drauf. Tja, die nächste Frage. So, und ich behaupte, dass das vielleicht, ist es vielleicht irgendwas, wieder irgendeine Signalfahne, die ähnlich aussieht. Und irgendwelche lustigen Menschen haben sich auch so, komm, mach das türkische Handtuch bei der Baustelle, die so wimpelt, wimpelt hin und her oder so. Da gibt es auch immer diese Automaten, die so... So was, da ist ein türkisches Handtuch dran zum Beispiel. Das Flaggenalphabet, vielleicht das EU. Oh, ich vermisse aber ein bisschen für die die Begeisterung. Das ist eine Baustelle, das ist eine Baustelle und das ist der Typ und das ist die... Oder dieser rote Lappen, der bei Schwertransporten hinten immer an den Baustellen, Baumständen dran hängt. Alles falsch. Okay. Ich, türkische Lappen, Osmanisches Reich. Und zwar ist es die Standarte, die der erste Reiter vorneweg hat und da ist eine lange Fahne dran. Und da steht drauf, wir kommen, geht weg, wir sind stärker. Auf türkisch. Auf türkisch, natürlicher Balders. Wie wäre es denn mit dem von mir so heiß geliebten Insektenreich? Ah, das ist eine sehr große Fliege mit viereckigen Flügeln. Und einem Halbboot im Gesicht. Und die Niste gern auf Handtücher. Genau. Was macht die? Die brüdet gern auf Handtücher. Die brütet auf Handtücher. Ist es ein Stück Folie, was um den Döner herumgelegt wird? Es gibt ja auch diesen Begriff, Handtuch ist doch auch so ein schmaler Hempfling, nicht? So ein dünner Hering. Echt war das der Atlatus eines osmanischen Sultas im 16. Jahrhundert? Der hieß, oh, da kommt wieder das türkische Handtuch. Wenn wer dabei ist, dann weiter kann ich nicht leiden. Nein, ihr Lieben, es ist alles, alles ganz gut. Kennen wir denn das türkische? Ach, nee, aber das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ja, aber ich meine, ob man das sagen darfst. Du darfst alles sagen, Martin. Ich meine, ich habe davon nur gelesen. Aber es gibt ja so türkische Hochzeitsnächte. Und da gibt es dann auch so... Ah, mit der Jungfarnschaft, von wegen. Das blutige Läppchen raushängen, von wegen. Ja, vielleicht ist das das, was man drunter lässt. Ist auch rote Farbe. Das heißt, das türkische Handtuch ist im Prinzip die japanische Fahne. Sehr gut. Sehr intellektuell. Das ist sehr gut. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir beide. Ist was dran oder nicht? Alles falsch. Pflanze, Pflanzreich. Flax, also eine Pflanze, aus der Textilien hergestellt werden. Was schütteln Sie denn da in den Kopf? Ich habe noch überhaupt nicht gesagt. Doch, ich habe schon gesagt, Sie haben eventuell... Soll ich das mal sagen? Ja, das wäre schön. Gut. Ich brauche zwei Freiwillige. Ich bin nicht dabei. Wieso gucken alle mich an? Martin. Bernhard und Martin vielleicht, oder? Ja, bitteschön. Ihr tanzt doch gerne, ne? Komm rein. Tanzt gerne. Wer möchte denn die Frau sein? Ach, zusammen? Ja. Du bist das Weibchen. Halt, stopp. Hinter ihn. Ach so. Hinter ihn. So. Hinter ihn jetzt mal die beiden Hände von Martin anfassen. So, ich sage erst, was es ist. Türkische Handtuch ist eine Tanzfigur aus dem Cha-Cha-Cha. Die Dame tanzt dabei im Rücken des Mannes. Der Mann bleibt stehen und verändert per Wechselschritt ihre Position hin und her. Und von vorne sieht das so aus, als würde dem Herrn mit der Dame der Rücken frottiert. Wir machen das mal. Wenn ich mal, wenn ich kurz mal um Musik bitten darf, ach doch, dann machen wir das mal. Ja? Geht gleich los. Wir haben Musik. Geht gleich los. Und jetzt mal hin und her. Hin und her. Martin, du bleibst stehen. Hin und her. Wahnsinn. Genau so. Genau so. Ja. Ah! 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 Ich finde, ihr habt das sehr schön gemacht, das war großartig und Danny Morgenstern aus Braunschweig hat sich 500 Euro verdient. Ich gratuliere Ihnen. Sehr gut, sehr gut. Genau der große Sat. 1 Film. Ja! 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 Der Audienzsaal ist im Lübecker Rathaus unterschiedlich hoch. Ja, wenn der Bernhard... Weiter, 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 weiter! Und der Martin zusammen dahin gehen. Dass du jetzt den Martin beleidigst, bin ich echt scheiße. Die Eingangstüren sind unterschiedlich hoch? Die Eingangstüren des Audienzsaals im Lübecker Rathaus sind unterschiedlich hoch. Stehen die hintereinander oder nebeneinander? Also kann ich mich für die linke vielleicht kleine oder rechte große Tür entscheiden? Ich stehe mal nebeneinander. Aber das scheint plötzlich nicht so wichtig zu sein. Aber ich glaube, Herr Bohnen, ich weiß, die Antwort schon, dass hätte ich jetzt die Theorie gehabt, dass dieses Rathaus, das ist ein Rathaus? Ja. Dass das über ein oder zwei Jahrhunderte gebaut worden ist und die Menschen waren ja früher bewiesenermaßen kleiner. Und dass deswegen die erste Tür kleiner gebaut ist als die zweite, die dann 200 Jahre später erst fertiggestellt wurde und dann passte sich dann der durchschnittlichen Größe der Menschen. Also in diesen... Falsch. In diesen Hansestädten, da gibt es ja mehrfach auch in Bremen am Marktplatz, sehr interessant dieses Phänomen, dass es Machtkämpfe gibt, die in Architektur ausgedrückt werden. Also nehmen wir mal an, ich denke jetzt mal vor mich hin, dass es da einerseits den Kirchenvertreter gab, der etwa eine kleinere Tür beansprucht, weil das Bürgertum die Macht in der Stadt besitzt und daher dies dokumentiert durch eine größere Eingangstür. Der Bürgermeister mit dem Schillerkragen geht also links und der Kirchenvertreter dackelt neben ihm her. Genau so war es nicht. Und ich habe noch eine Theorie. Ich bin beim Erntedankfest... Wie schön, da freuen wir uns aber jetzt. Ich habe schon keine Lust mehr. Ich bin beim Erntedankfest, dass Bauern ihre Gaben reingetragen haben, am Altar ausgebreitet haben und mit dem leeren Sack wieder rausgelaufen sind. Natürlich. Hohe Sachen dabei. Natürlich. Oder irgendwelche Kirchenvertreter mit sehr sehr hohen lustigen Mützchen, die irgendwie sich nicht immer runterbeugen wollen, sondern so eine Auslassung oben gemacht in Form von so einem... Von einer Mütze. Von einer Mütze mit so einem Bömmel. Ich habe ihn nicht absetzen müssen, weil der hatte eine Glatze und das sah nicht so gut aus. Also normale Leute gehen da einfach rein. Ja, ist Unsinn. Das vollsten Tor... Entschuldigung. Jetzt aber. Martin, du. Martin, schnell. Ich? Ja, vielleicht... Also ist jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Also 100 Prozent weiß ich es nicht. Aber... Also es ist aber naheliegend. Also man kann wahrscheinlich... Die eine Tür ist... Also... Ich fang nochmal an. Die eine Tür... Die eine Tür ist für die Leute, die morgens komme und die andere für die die abends komme. Ja, ja, klar. Also nachts wird man ja, schrumpelt man ja ein bisschen. Ich bin sehr früh aufgestanden heute. Ist es so? Nein, aber sehr hübsch. Ist denn vielleicht die Tür im Lauf der Jahrhunderte einfach ein bisschen zur Seite gesackt? Das Holzen-Tor zum Beispiel, wenn man sich den alten 50 Mark Schein genau anguckt, dann sieht man, das steht ja krumm und schief, auch wenn man davor steht. Also... Ne, die waren schon immer so, die Türen. Ich glaube, es soll etwas symbolisieren. Das eine ist eine Eingangstür und das andere ist eine Ausgangstür. Und es soll symbolisieren, dass man aufrechten Ganges zum Rad der Stadt geht und gebeugten Hauptes wieder gehen soll. Oder halt genau umgekehrt, komme mit gebeugtem Haube, lasse dir helfen und gehe mit gestrecktem Oberkörper wieder hinaus. So nicht, aber wir gehen in die Richtung. Aber das ist verkehrt. Aber die Richtung ist... Ich hab wie immer, wenn Bernhard was sagt, nicht zugehört. Ja. Also Moment, was ist daran richtig? Man geht rein in einer bestimmten Größe. Es gibt einen Ein- und einen Ausgang. Man soll Geld reinbringen, so einen großen Turm mit Geld. Und zwar 50 Mark Scheine mit Holzen-Tor drauf. Da sind wir bei deinem Beispiel. Die bringt man rein, dann stellt man die ab vor dem Bürgermeister und dann... Nein, aber vielleicht sollen Sünder vor der Beichte gebeugt... Du, das ist übrigens kein Kloch. Ich war eben mit dem Erntedanker, das ist auch in der Kirche. Wir reden von einem Rathaus. Okay, beim Rathaus, da gibt es ja auch Priester mit Beichte. Aber okay, vergessen wir mal. Den Vorsprung hatte ich auch, aber ich war die ganze Zeit in der Kirche. Es ist ein Rathaus. Ein Rathaus. Das Rathaus war auch in der richtigen Richtung. Es ist eine Symbolik dafür, dass man in diesem Rathaus Rat bekommt. Ha! Brillant! Jetzt weiß ich nicht, wo ein Rathaus da ist. Da gehe ich rein und kriege einen guten Rat. Und dann kommt man, was er eben sagt, gestärkt oder anders raus. Sie meinten ja, die Richtung wäre richtig. Es geht alles schon in die richtige Richtung, aber der Grund stimmt nicht. Der Grund stimmt nicht. Also warum soll man mit gebeugtem Haube rein oder wieder rauskommen? Sie wollen wissen, was da drin passiert. Ah! Natürlich, im Rathaus wurden früher Leute hingerichtet. Und die Leute. 18. Falls der nicht richtig ab ist, der Kopf. Dann kommt man oben an der großen Tür, an der kleinen Tür ab. Das meinst du? Ja, ja. Herr Reuker, wenn wir das jetzt mal ein bisschen abschwächen. Bitte was? Also man geht da rein, da wird man bestraft und geht wieder raus. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, meine Damen und Herren. Also nicht der Kopf ist weg, sondern der Hut eventuell oder ein Kleidungsstück. Oder eine noch schlimmere Strafe. Oder man muss die Schuhe ausziehen. Eine noch schlimmere Strafe. Eine noch schlimmere Strafe. Oder war das direkt die Tür zum Kerker dann für den Veropter? Nein, viel einfacher. Im Prinzip habe ich ja gesagt, Hoekers Richtung ist genau richtig. Also man ging aufrecht ein Hauptes herein, wurde dann beschenkt. Nein. Nein, eben nicht. Man ging gesenkt ein Hauptes herein. Nein. Man ging ganz normal rein. Best of aus beidem. Man wurde auf einem Wagen hineingezogen. Die Sächte. Nimm es rein. Oder die Nummer? Nee. Ist es relevant zu wissen, wie hoch die kleine Tür war? Vielleicht war die nur so niedrig, so ein Sarg hoch. Nicht für Sie, Herr Hoekers. War eine ganz normale Tür. Ganz normale Tür. Ist das wie bei Majestics, dass da so Schildträger... Auch nicht. Könige waren da ja nicht. Ich sage es euch. Ich sage es euch, damit Reinhard sein Geld kriegt, weil jetzt seit der Sohn, jetzt habe ich euch so viel geholfen. Bitte nur in alten 50 Mark. In diesem Saal, in diesem Audienzsaal, das war früher der Ort, in dem Recht gesprochen wurde. Deswegen haben, als Sie sagten, hingerichtet, habe ich doch zu Ihnen gesagt, schwächen Sie es mal ab. Es wurde Recht gesprochen. Hatte der Richter sein Urteil gefällt, verließ man entweder als Freigesprochener, hoch erhobenen Hauptes, den Saal oder man schlurfte als Schuldiger hängenden Kopfes durch die niedrige Tür. Ich könnte schwören, dass es genau so gefallen ist hier eben. Ich wollte das nicht sagen. Natürlich wieder nicht, Herr Balder. Nein, nein, ich zack mich auch nicht. Ganz sicher nicht. Deswegen kriegt Reinhard Otto aus Lübeck 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen, Reinhard. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch so eine schöne Frage haben, genial daneben 50 616 Köln oder Sie rufen an 01378 10 11 20 oder einfach eine E-Mail fragen at genial daneben.de. Wir kommen zu Christian Plons, der wohnt in Baden-Baden und er hat eine wunderschöne Frage und jetzt bin ich gespannt. Was ist ein falscher Freund? Ein Begriff, ich helfe euch aus der Medizin. Falscher Freund. Ein falscher Freund. Warum helfen Sie uns, Herr Balder? Weil man mir gesagt hat, hilf denen da. Weil wir sonst gar nicht drauf kommen würden. Oh, es gibt, ich glaube, ich weiß, was es ist. Es gibt so ganz unangenehme Geschichten, dass irgendwelche Menschen eines Tages feststellen, dass ihr eigener Zwilling noch in Ihnen lebt. Es ist die Wahrheit, es ist die Wahrheit. Das Leben im Magen? Nein, nicht Leben. Das ist bei Akte X. Das ist in der Regel so eine neue Haare. Mit Haare drin sind, Zähne drin sind. Eine Uhr von mir aus dem Video bekommen. Und die rote Gewinnpalette. Ich habe keine Ahnung. Aber die Grundrichtung ist vielleicht nicht schlecht. Also Rudimente aus vergangenen Zeiten, die bei manchen Menschen zum Beispiel Ganzkörperbehaarung, sowas taucht ja immer mal wieder auf, dass man zum Beispiel einen Flügel aus den Zeiten, in denen die Dinosaurier noch durch die Luft flogen. Und wir sind ja direkte Nachfahren der Dinosaurier. Unter dem Schulterblatt befiedert mit sich herumträgt. Ist das der falsche Freund, der gefiederte Freund? Nein, ein sechster Finger. Es gibt Leute, die haben einen Finger mehr. Und an der anderen Hand dafür einen weniger. Vielleicht ist es das Phänomen, dass ja gerne mal bei Operationen das ein oder andere Skalpell, das ein oder andere Schärchen in dem Bauchraum vergessen wird. Das, was also vorher der Freund des Menschen war, des Operateurs, Leben retten sollte. Jetzt ein falscher Freund. Ein falscher Freund ist, weil es in dem Mann und in der Dame wohnt, in der Patientin große Schmerzen gibt. Liest man oft in der Zeitung. Ja. Ist aber falsch. Achso. Martin. Achso, entschuldige, möchte ich nicht unterbrechen. Bitte, bitte. Mach du. Du sahst so aus, als ob du eben, also die überhaupt jetzt den Nein. Also im Moment bin ich überfordert. Ja. Das ist sowas, also eine Kanüle. Ach ja. Kennen wir, die man also zur, der Tropf verbindet ja den Körper mit, äh, ne, die Kanüle verbindet den Tropf mit dem Körper. Oder so. Das ist erstmal ein Freund. Wenn diese Kanüle aber einen Durchmesser von 50 Metern hat, funktioniert es nicht und darum ist der Freund dann falsch. Ich glaube, äh, ich möchte, wieso denke ich jetzt gerade an den Mann im Ohr? Vielleicht ist das, äh. Tinnitus. Tinnitus oder, äh, vielleicht eine Verknorpelung des, äh, der Hirnanhangsdrüse oder so etwas. Und, äh, dadurch, dass er im Ohrbereich befindet, wo auch der Mann im Ohr wohnt. Ah, das war der Mann im Mond. Ja, ja. Völlig falsch. Da steht Medizin oder steht da Raumfahrt? Medizin. Dann war ich falsch. Also ganz arm. Der Blinddarm? M-m. Ein falscher Freund. Ich frage mich, ob es auch einen Freund gibt in dieser Begrifflichkeit. Einen richtigen Freund sozusagen. Einen richtigen Freund und einen falschen Freund. Es gibt auch einen richtigen Freund. Echt? Aha. Oh, ist das vielleicht wie bei Scaramanga Christopher Lee bei James Bond, der eine dritte Brustwarze hier hat? Ich hab einen falschen Freund. Ja, aber es gibt auch einen richtigen Freund. Ja. Vielleicht eine zweite Milz. Also die erste Milz, von der weiß man ja schon nicht so richtig, aber gut, das weiß man auch bei guten Freunden. Herzschrittmacher. Nee. Einen kaputten Herzschrittmacher. Einen kaputten Herzschrittmacher. Einen kaputten Herzschrittmacher. Der richtige Freund ist der gut gehende Herzschrittmacher. Wir haben auch einen falschen Freund für Sie, den nehm ich. Vielleicht ist mit einem Freund ja ein ganzer Körper gemeint, weil es gibt doch diese Menschen, wo die Organe alle falsch rum im Körper drin sind. Vielleicht sind das falsche Freunde. Im Gegensatz zu den richtigen. Vielleicht ist ein falscher Freund nur die falsche Blutgruppe. Also wenn man bei Bluttransfusion braucht man ja… Achso und der spendet trotzdem. Genau. Gut. Okay, wir sind nah dran. Das wird er ja… Ihr seid überhaupt nicht nah dran. Natürlich. Ihr seid ganz. Gucken Sie doch nicht so. Okay, falsche Freund. Vielleicht hat's was mit den Leuten zu tun, die da immer dabei sind. Also Krankenschwester oder Chirurg. Achso, sowas wie schwarze Witwe. Oh. Oh, das war eine Krankenschwester. Hallo. Ich bin hier falsch. Vielleicht hat es auch mit Bakterien und Viren zu tun, weil man doch auch gerne sich im Krankenhaus was Neues zieht. Ja. Wenn man da liegt mit irgendwie einem lustigen kleinen Beinbruch und dann ist aber alles so… Deswegen hatten wir ja Waschzwang. Natürlich, wir haben ja alles immer sauber gemacht. Ich glaube wir kennen alle den Freund und wir kennen auch alle den falschen Freund. Kennen wir alle. Ich glaube ja. Ich tippe immer ja. Ist es Zahnmedizin oder ist es innere? Können wir das eingrenzen, Herr Balder? Nein. Sie haben doch so lieb angefangen. Das kann ich nicht eingrenzen, weil in diesem Thema gibt es keine Eingrenzung. Gibt es nicht. Das heißt, das gibt es in allen Bereichen. Kann ich nicht. Das ist nicht einzugrenzen. Da könnte ich etwas sagen und dann hätte ich es auch sofort verraten. Eine Warze vielleicht einfach. Eine wen? Eine Warze. Eine Warze, nein. Waren wir denn mit einer unserer Antworten schon mal so ein ganz kleines bisschen in die richtige Richtung gegangen? Nein. Überhaupt nicht. Vielleicht geht es das sehr grundsätzlich. Vielleicht ist ein falscher Freund irgendwie ein Arzt ohne, nicht ohne Attest. Wie heißt das, was die machen dürfen? Ohne Führerschein. Ohne Mundschutz. Ohne Führerschein. Ohne Führerschein. Ohne dass ein Arzt ist. Approbation vielleicht? So ein Falsch-Arzt. Wenn ein Arzt etwas anderes macht, zum Beispiel wenn ein Kinderarzt eine Frau operieren würde oder wenn ein Chirurg die Zähne auseinander nimmt, dann ist das ein falscher Freund, wenn er etwas Falsches operiert, wofür er nicht ausgebildet ist. Was ist denn der beste Freund des Menschen? Das ist doch der Hund eigentlich. Ich werde es euch sagen und ich weiß, dass Frau von Sinnen sich ganz besonders freuen wird. Ich sage nicht warum, aber ich werde es euch sagen. Ich werde euch erstmal sagen, was medizinisch der Freund ist. Schon im Mittelalter wurde er als Freund bezeichnet. Kommt aus dem Mittelalter. Ähm, der Pups. Ach nee, ach nee. Wieso freue ich mich jetzt ganz besonders? Hallo? Ach und der falsche Freund ist, wenn man eben böse Gase in sich hat und... Also der falsche Freund, so nennt er Mediziner einen Pups, der unbeabsichtigter Weise auch noch eine Portion Stuhlgang beinhaltet. Das heißt, wenn man die Schalzock reiht, das heißt Pups mit Land, Herr Beiner. Und zwar seit Jahren. Also... Moment. Also... Stellen Sie sich mal vor, wie das ist. Wenn wir das gemütlich sind. Sie bringen das ja als Pups, äh mit Land bezeichnen. Ich möchte hier gar nicht sein. Darf ich das mal kurz sagen? Ja. Ich wollte nicht, dass das ein Komiker werden. Sie sind ja auch kein Mediziner. Der Mediziner sagt dazu falscher Freund. Und der hat beider gesagt dazu, das hätten wir alle mal gehabt. Und das kann, das kann, das kann... Aber selbst wenn ich's gewusst hätte, ich hätte mich doch nicht entblödet, Ihnen das hier so zu sagen, wie Sie es mir gesagt haben. Sowas kann natürlich aus Versehen passieren, aber sowas kann auch krankhaft sein. Deswegen ist es ein medizinisches Problem. Und deswegen spricht der Mediziner von falschem Freund. Äh... Nicht nur, dass es das ist. Es gibt Leute, die das gerne und absichtlich machen. Natürlich. Natürlich. Ich weiß nicht, wie es Christian Plons aus Baden-Baden geht. Es ist aber auch völlig Wurst. Auf jeden Fall ist er um 500 Euro reicher. Ich gratuliere Ihnen, Christian. Wir sehen, was jetzt kommt. Ja, wir sind bei genial daneben. Das steigern wir uns noch ein bisschen nie. Das sind alles Fragen unserer lieben Zuschauer. Ja, aber ich fand's nicht nett, dass Sie gesagt haben, es ist Ihnen scheißegal. Wir wollen alle hoffen, dass es Ihnen gut geht und dass er nicht an einem falschen Freund leidet. Der Timo? Ja. Schlimmer finde ich, dass er gesagt hat, das ist ein Wurst. Christian, Christian leidet nicht. Weil ich eben schon Timo sagte, Timo Veit kommt aus Duisburg, ist aber heute Abend bei uns. Timo, ganz dort oben sitzt Timo. Hast du noch Spaß? Okay. Ist das eine medizinische Frage, nur so? Nein, Timo hat keine medizinische Frage und es geht um 500 Euro und wir schauen mal. Also, Frage lautet wie folgt. Weil er Vegetarier ist, sagte der Popsänger Morrissey, komme gleich zu dem Namen, in Dresden ein Konzert ab. Was war passiert? Also nochmal, weil er Vegetarier ist, sagte der Popsänger Morrissey in Dresden ein Konzert ab. Was war passiert? Kleine Information zu Morrissey, ihr werdet ihn vielleicht nicht kennen, ist aber in England ein sehr gefragter, sehr hoch angesehener Mann. Kommt aus Manchester, hat ein ganz bekanntes Lied, das heißt Heat is Murder. Also der Mann ist, Meat is Murder, also Meat is Murder, das heißt der Mann ist wirklich überzeugter Vegetarier. Und hat diverse Preise gewonnen in England, bei uns nicht so bekannt, ist ja auch egal, auf jeden Fall hat er in Dresden ein Konzert abgesagt, weil er Vegetarier ist. Warum? Weil das fand statt in der alten Schlachterei Dresden. Nö. Richtig. Jaaaa! Das finde ich sehr lustig. Richtig. 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 Also Morrissey hatte kurz vom Gig erfahren, wie der Konzertsaal heißt, in dem er auftreten sollte. Es war der alte Dresdner Schlachthof. Richtig. Und auf Betreiben des Künstlers musste das Konzert abgesagt werden. Aber weißt du, dass ich das nachvollziehen kann? Ich hatte auch mal meinen Solo im Schlachthof in München und habe sofort eine psychosomatische Grippe bekommen, weil mich das so deprimiert hat. Ja, das ist bei McCartney auch so, da darf keiner Lederschule anhaben, keiner auf einer Lederkaufsteckse. Ja, das ist auch Verstand. Timo, es tut mir leid, aber ein Streber ist immer dabei. Richtig. Das ist jetzt auch gemeint. Jetzt kommen wir zu einer wunderschönen Frage von Klaus Gottschalk aus Horb am Neckar. Und jetzt bin ich gespannt. Er möchte wissen, warum ließ die Familie von Johnny Cash eine PR-Kampagne für ein Mittel gegen Hämorrhoiden verbieten? Mo! Die haben ja eben geworben. Johnny Cash ist das dieser Sänger? Ja, genau. Countrystar. Leider vor kurzem gestorben. Er ist an Hämorrhoiden gestorben? Warum? Nein. Weil dann hätte ich jetzt eine Lösung gemacht. Warum ließ die Familie von Johnny Cash eine PR-Kampagne für ein Mittel gegen Hämorrhoiden verbieten? Kleine Information noch für euch. Diese Kampagne wurde nie gestartet, weil die Werbeagentur einen Rechtsstreit mit der Cash-Familie verhindern wollte. Vielleicht hatten die so einen Werbespruch. Cash the Hämorrhoids. Und mit Musik war einfach seine Musik dort im Einsatz? Bitte? Ist das ja zu einfach, dass die Musik im Hintergrund dieses Werbespots gespielt wurde? Ne, das ist ja zu einfach sehr. Es könnte sein. Haha. Könnte sein. Siehst du mal? Es gibt einen berühmten Song von Johnny Cash, in dem er über Hämorrhoiden singt. Und der wäre da... Nein. Nein, aber Johnny Cash ist doch eher ein Sitzender gewesen, oder? Saß der nicht gerne auf der Gitarre gespielt? Der saß auf so einem Hocker, immer hatte ein Ding so... Also sag mal, ich muss ja da noch eingreifen, wenn er was richtiges gesagt hat. Mit Musik hat es was zu tun, ja. Aha. Toll, mit Musik hat es was zu tun. Der Mensch, der hat ja mit der Gitarre gespielt und die wird ja mit Darm gespannt. Man könnte drauf kommen, wenn man Johnny Cash kennt. Nee, das funktioniert nicht. Johnny Cash war Alkoholiker. Hat damit nichts zu tun. Johnny Cash trug immer Schwarz. Auch nichts. Johnny Cash hatte keine Hämorrhoiden, wie wir wissen. Das weiß ich nicht, aber darum geht's nicht. Mhm. Gut. Also ein Lied von ihm. Kennt einer mal einen Song von Johnny Cash? Ja, so ist es. Ach so. Ah! Was ist denn das berühmteste oder bekannteste Lied von Johnny Cash? Jetzt sagen wir so. Gibt es überhaupt ein Lied, was jemand kennt, was von Johnny Cash? Genau. Kennt jemand hier Lieder von Johnny Cash? Sag doch mal eben einen Lied von Johnny Cash. Ja, ist aber eh nie gewesen. Ja. Ist aber eh nie gewesen. Ja, nein. Ist aber eh nie gewesen. Juhu, juhu, juhu. Wir machen es nämlich heute mal mit Publikum, Herr Balder. Also das Mittel gegen Hämorrhoiden sollte mit dem Refrain aus diesem bekannten Lied unterlegt werden. And it burns, 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 the ring of fire. Und es brennt, es brennt, der Ring aus Feuer. Und die Erben von Johnny Cash fanden das geschmacklos und drohten mit einem Gerichtsprozess. Mit dem Ring aus Feuer habe Johnny Cash die große Kraft der Liebe besungen und keine Lose. Ich finde das sehr komisch. Gäbe Klaus Gottschalk trotzdem 500 Euro, weil sie es nicht geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zu Elke Greising. Elke Greising wohnt in Berlin und möchte wissen, warum sind in Schweden an Wochenenden sehr viele Menschen mit grünen Plastiktüten unterwegs? Ich mach's nicht vor. Grünen Plastiktüten. In Schweden sind Menschen mit grünen Plastiktüten. Am Wochenende. Also am Wochenende sehr viele Menschen mit grünen Plastiktüten. Warum? Wie doof sind das? Ja, warum? Hat das EU-Aus-Erweiterung, ist das nicht? Duty-Free, Schnaps aus Estland, der eingeführt wird. Schnaps ist nicht falsch. Ah ja, siehst du mal. Hahaha. Ah, das knacken wir. Ich hab'n gutes Gefühl, das hat bisher alles schon so super geklappt. Wieso grün? Es könnten also keine blauen oder rosa Farben in Plastiktüten sein? Grün. Sie müssen grün sein. In der Tüten befindet sich Schnaps. Richtig. Ja. Der wird über die Grenze geschmuggelt. Mensch, wenn ich jetzt wüsste, an was Schweden grenzt. Eine grüne Grenze. In Aarwegen und Finnland. Ich glaube, wir entfernen uns wieder. Also ESA-Tüte, warum ist die grün? Vielleicht, äh... Genau, weil eine grüne Flasche drin getarnt wird, Freunde. Das ist die Flasche, also die Tüte. Total Unsinn. Ich muss dazu eine kleine Anekdote erzählen. Ich find's in Dallas in einem Biergarten. Wo in Dallas? Und Dallas County in Texas. Ja, natürlich. So, wenn man dort Bier trinkt, muss man erst beim Kellner ein Formular unterschreiben, dass man Alkoholiker ist und eine Sondergenehmigung erhält, Alkohol draußen trinken darf, aber man verpflichtet sich demnächst telefonisch mit den anonymen Alkoholikern Kontakt aufzunehmen. Ist das denn wahr? Und alle in dem Biergarten haben immer wieder Formulare unterschrieben. Schöner Abend. Vielleicht, dass sowas ähnliches ist, dass diese Tüte eine Art Ausnahmegenehmigung für den hochprozentigen Schnapsgenuss zu Vorzugspreisen bedeutet. Nein, so ist es nicht. Weil, wenn du dich übergibst, hast du schon eine Tüte dabei. Ich hätt gern einen Drink und ein Formular. Das ist ja nur am Wochenende, ne? Ja, nicht nur, aber am Wochenende ganz... Hat es was mit der Farbe des Waldes zu tun, der auch grün ist? Oder die Aldi-Tütes sind da grün. Die haben ja zu am Wochenende. Ach, die haben ja zu. Vielleicht ist es so etwas wie, bei uns gibt es ja auch den gelben Sack. Und vielleicht ist es so etwas, dass diese grüne Tüte aussieht wie ein Spezialbehälter von irgendwas, den man halt so mit sich rumtragen kann. Ja, oder die grüne Tüte ist einfach diese berühmte Glas-Recycling-Tüte. Dass die also mit dem Schnaps rumlaufen und danach direkt halt das Glas... Schweden rennen mit Alkohol durch den Wald und haben grüne Tüten dabei. Das ist richtig. Das ist erstmal nichts Neues. Da hab ich schon mal keine Lust drauf. Nein, nicht durch den Wald. Nee, das war jetzt noch mein Wald. Zum Beispiel rennen noch nicht mal durch den Wald. Da hab ich schon keine Ahnung von. Also würde ich sagen, wir nehmen eine andere Frage. Also ich frage mich, ob die mit dem Schnaps... Ich meine, in Schweden ist doch der Schnaps zwar teuer, aber nicht verboten, oder? Ich sehe das falsch. Nein, das ist nicht verboten. Also ich frage mich auf... Er ist nicht verboten, aber... Eingeschränkt. Eingeschränkt. Man darf also nur so ein bisschen Schnaps... Ah, man darf nur... Es gibt nur bestimmte Läden, in denen man Schnaps käuflich erwerben kann. Und die haben grüne Tüten, natürlich. Warum? Weil das ist ein staatliches Monopol. Schnaps... Nee, äh... Schnaps-Handelsgesellschaft. Also wir sind schon so weit. Ich glaube, Elke ist einverstanden, wenn ich das so gelten lasse. Ich lasse das mal so gelten. Also... Es fehlt noch eine Kleinigkeit, aber ich glaube, das könnt ihr nicht wissen. Tatsache ist es, dass Alkohol über 3,5 Promilleprozent nur in bestimmten Läden gekauft werden darf. Tatsache ist, dass auch in Schweden am Wochenende natürlich Partytime ist und der Schwede sein Alkohol lieber selber mitbringt, damit er auch sicher ist, dass welcher da ist. Und der muss diesen Alkohol in diesen Läden kaufen. Und grün ist in Schweden traditionell die Farbe der Diskretion. Deswegen werden alle... Der Diskretion? Der Diskretion. Das finde ich jetzt sehr komisch. Deswegen werden in diesen Läden alle... Jetzt nicht mehr. Ja, ja, ja. Das ist wirklich wahr. Der ganze Schnaps wird in Schweden in diesen Läden in grüne Tüten verpackt, damit niemand weiß, was drin ist. Das ist komisch. Christina Holland kommt aus Lüneburg und möchte wissen, was macht die Tschukwalla-Echse, nachdem sie sich... Um diesen Namen auszusprechen. Tschukwalla. Tschukwalla. Tschukwalla-Echse. Was macht die Tschukwalla-Echse, nachdem sie sich vor ihren Feinden in eine Felsplatte, äh, Felsspalte geflüchtet hat? Ich dachte kurz verwandelt. Was sie danach macht? Sie wartet ab. Nachdem sie sich vor ihren Feinden in eine Felsspalte geflüchtet hat. Kleine Info, Tschukwalla sind kleine Echsen, kommen Nordamerika und Mexiko vor und werden ca. 40 cm lang. Sie betoniert sich zu. Gute Idee. Mit was denn? Die betoniert ja mit falschen Freunden eventuell. Die betoniert sich zu, sodass jetzt die Katze oder was für ein Tier das dann ist, dass der Jagd eben nicht mehr hinterher kommt. Das ist absolut schlüssig. Es kommt drauf an, was man draus macht. Man kommt drauf an, was man draus macht, ja. Also die geht in eine Felsspalte rein, sie wartet nicht ab. Die Felsspalte schützt sie zwar schon vor einem Angreifer, aber sie macht noch etwas. Sie macht noch etwas. Um den Angreifer abzuwenden oder um sich Langeweile irgendwie zu vertreiben. Sie liest was, sie kocht sich was. Nein. Um die Feinde abzuwenden. Sie kann die Spalte sozusagen hinter sich verschließen, zum Beispiel mit Steinen, sie hält irgendwas dagegen. Oder singen irgendwelche Laute, die durch die Felsspalte, in der sie drin ist, schalltechnisch hohe Töne. Vibrationen erzeugen, zum Beispiel, dass die Katze denkt, eine Lawine, ich hau ab. Oder sowas. Wieso Katze, warum flirrt? Wir haben ja nur eine Katze. Ach so, es geht gar nicht um Katze, es geht um andere Tiere. Das ist eine Echse und die hat Feinde. Was für Feinde hat die denn? Ein Vogel hängt eine weiße Fahne raus. Was macht die? Sie hängt eine weiße Fahne raus. Ja. Mit einem roten Punkt in der Mitte. Vielleicht krabbelt sie da rein. Sie krabbelt da rein. So und jetzt, die ist nämlich so, der David Kappa fehlt des Tierreichs. Die ist nämlich dann in deinem schwarzen Vorhang und dann ist er wieder weg. Finde ich sehr gut. Nein, und zwar, sie geht da rein und häutet sich, krabbelt raus, die alte Haut bleibt. Das ist gut. Die alte Haut bleibt. Man denkt, als nennen wir es mal Katze, die ist noch da drin und zack, keine Gefahr mehr. Als Schmetterle. Richtig. Falsch. Natürlich falsch. Die heißt ja Chubballer. Chubballer. Das wirkt ja sehr, sehr schnell. Chubballer. Das ist extrem schnell lautmalerisch. Chubballer. Chubballer. Spenden sie reichlich für diesen Mann, meine Damen und Herren. Tun sie was. Die benutzt das als Deckung und aus dieser Spalte heraus, macht die mit lustigen kleinen Waffen, kann die ihren Feind erledigen. Mit welchen? Laserschwert. Laserschwert. Also die benutzt etwas. Oder die Scheiße voll. Das stimmt, wir sind ja genial daneben. Stimmt, Flangen haben nämlich so ein Sekret, das stinkt so was von erbärmlich, dass man sagen muss. Nichts in die Richtung. Nein, nein. Aber vielleicht kann die ihren Schwanz nicht nur abwerfen, so wie Blindschleichen es tun, um den, sondern, die kann damit richtig so feilen, die kann den feilartig. Nehm diesen Schwanz. Macht's auch nicht. Chub. Chubballer. So, jetzt bleibt ja nicht mehr viel übrig von dir. Nein, bleibt mir viel übrig. Also die macht aber, die macht irgendetwas mit ihrem Körper. Die zieht sich aus. Bitte? Zu heißer Musik. Ja. Die zieht sich aus und spielt mit ihren Sachen. Vielleicht. Das ist ein Song von Ihnen gewesen. Natürlich. Du kennst mich. Natürlich kenn ich dich. Mein Gott, musst du eine beschissene Kindheit gehabt haben. Natürlich. Die gräbt sich durch. Ja, der Feind kann jetzt lange warten. So kommt er nicht weiter. Die gräbt sich einmal quer durch die Erde, kommt in China wieder raus. So, jetzt sag ich's euch. Ach. Um sich vor dem Zugriff der Feinde zu schützen, flüchtet die Chukwalla-Echse am liebsten in eine ganz enge Feldspalte und dort pumpt sie ihren Körper mit Luft auf. So, dass sie nicht mehr aus der Spalte hinausgezogen werden kann. Das heißt, nur die Explosion war falsch. Nur die Explosion war falsch. Alles andere war richtig. Christina Holland. 500 Euro für Sie. Ja, ihr Lieben, es war... Was mich beruhigt ist ja, dass der wenigstens für den Moment nervös geworden ist. Ja, es war eine rauschende Ballnacht und ich bin mir sicher, dass wir heute Tanzschulen zugeschaut haben, die noch Nachwuchs brauchen. Sie sich nicht melden werden, meine Damen und Herren. Ganz sicher, Sie haben gesehen Schneider-Hoecker, das Traumpaar. Ich stelle fest, dass ich am Anfang den Eindruck hatte, dass sie sehr, sehr lieb gestimmt. Der hat getäuscht. Ja, ich möchte sagen, dass sie selten so renitent waren wie heute. Und wissen Sie womit? Mit Recht. Mit Recht. Das war genial daneben.